Manchmal ist es gut zu wissen, dass es Österreich gibt. So als Plan B, als Ort einer zweiten Chance, wenn man z.B. ein nicht so gutes Abitur hat. Ich nehme einen direkt auf, es ist sehr entspannt, es ist nicht so anstrengend wie in Deutschland, wo man irgendeinen Eins-Kommaschnitt braucht am Abitur. Ich sehe mich so ein bisschen als NC-Flüchtling. Wer es in Deutschland nicht schafft, kann es in Österreich versuchen. V.a. für Medizinstudenten ist Österreich ein Plan B-Land. Fast 2000 Deutsche studieren hier Medizin. Es soll ein freies Geben und Nehmen sein. Man möchte hier genauso studieren wie alle Studenten auch. Nur dem Bildungsminister geht dieses freie Geben von Studienplätzen neuerdings zu weit. Wenn dann Ärztinnen und Ärzte nach dem Studium in ein anderes Land gehen, um dort zu arbeiten, dann denke ich, müsste es zumindest so sein, dass diese Länder entsprechend die Kosten für das Studium ersetzen. Das käme Deutschland teuer. 60.000 Euro pro Student pro Jahr. Und man braucht jeden, der Medizin studiert. Egal wo. Wir haben 50.000 Ärztinnen und Ärzte in den letzten 10 Jahren nicht ausgebildet. Daher werden uns in den nächsten Jahren Fläche entdecken. Die Hausärztinnen und Hausärzte fehlen. Dabei gibt es auch in Deutschland genügend Menschen, die Medizin studieren wollen. Paulina Seitz aus Regensburg z.B. möchte Ärztin werden, und zwar in Deutschland. Nur, obwohl sie alles versucht, findet sie keinen Platz. Für mich ist es gerade etwas schwierig. Ich hab nicht das beste Abitur. Und da stellt einfach immer noch das System gewisse Schwierigkeiten dar. Denn weil es so wenig Plätze gibt, müssen Anwärter wie Paulina durch ein schweres Auswahlverfahren. Vergangenes Wochenende kamen bundesweit Tausende in Mehrzweckhallen wie hier in Dachau zusammen zum Auswahltest TMS. Jeder versucht, sein Abitur zu verbessern, um reinzukommen in das schwere Medizinstudium. Für die Vergabe der meisten Studienplätze werden Testergebnis und Abinote verrechnet. Kompliziert, aber so wollen die Unis sichergehen, dass diejenigen, die einen wertvollen Platz bekommen, auch wirklich bis zum Abschluss dabei bleiben. Das ist sozusagen das Grundprinzip eines Bewerberüberhangs letztlich. Das ist natürlich klar. Und man muss auch natürlich die Plätze entsprechend verteilen. Gut, dass es da den Plan B gibt. Österreich hat zwar auch einen Zulassungstest, aber die Abinote ist egal. Auch Deutsche ohne gute Noten sind willkommen. Ja, ich würde halt sagen, ja, Preißensiepfel ist uns immer noch ein Großtest. Aber sonst auch schon recht angenehm. Also ich hab sogar Freunde, witzigerweise. Man kann ihnen nix anlasten, sie sind halt deutsch. Ken und Tobias hätten in Deutschland kaum eine Chance gehabt. Den österreichischen Test haben sie bestanden. Jetzt studieren sie eben Medizin in Wien und nicht in ihrer Heimat München. Also wenn ich einen Studienplatz an der LMU oder TO bekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich dort geblieben, ja. Ich hätt's mir auf jeden Fall auch vorstellen können. Ich kann mir auch immer noch vorstellen, nach München zu gehen, wenn ich jetzt hier keine entsprechende Stelle finde. Aber ja, ich bin auch sehr zufrieden, wie's gelaufen ist. Inzwischen würden beide gerne bleiben. Nur mehr als drei Viertel der Medizinstudenten gehen nach dem Studium zurück nach Deutschland. Österreich sagt, es bezahlt für unseren Ärztemangel und schafft sich dabei selbst einen. Wenn der Großteil der Personen, die das Medizinstudium in Österreich absolvieren, auch in Österreich als Ärztinnen und Ärzte arbeiten, dann hat Österreich keinen Ärztemangel. Die EU-Kommission, sagt er, wolle das Thema nun aufnehmen und prüfen. Österreich will nicht mehr Plan B-Land sein. Schon gar nicht, wenn sich Deutschland damit Geld spart. Der große Nachbar solle endlich selber genug Studienplätze schaffen. Zuständig dafür wären die Länder. Bayern findet, man selbst habe schon genug gemacht. Kein Land tut für die Medizinerausbildung so viel wie der Freistaat. 2700 zusätzliche Studienplätze, Spitzenmedizin im ganzen Land. Das ist der bayerische Ansatz. Und wenn insgesamt noch Plätze fehlen, dann müsse eben der Bund helfen, quasi Plan C. Der Bund sagt, ein Regelungskonzept zu diesem wichtigen Thema liegt vor. Die weiteren Beratungen bleiben abzuwarten. Klingt nicht so, als würde sie für Paulina schnell etwas ändern. Sie wagt jetzt den zweiten Anlauf, nachdem sie vor einem halben Jahr von allen deutschen Unis abgelehnt wurde. Eigentlich hatte sie gehofft, dass der Ärztemangel zu mehr Studienplätzen führt. Natürlich kommen von Jahr zu Jahr immer mehr Studienplätze dazu, aber es reicht halt lange nicht aus. Nach dem Abitur, so die Erwachsenen sagen, ja, dir steht die Welt offen, du kannst alles tun in deinem Leben, mach, was du möchtest, und dann ist es halt eben nicht so. Weil es ist halt eben, die Tür ist verschlossen. Womöglich sucht sich Paulina einen ganz anderen Plan B und wird keine Medizinerin. Nur dem Ärztemangel wäre dann nicht geholfen. Weder in Deutschland noch in Österreich. Jochen Minnesota Ich sage dich sterilerstюда, weil es das ist komplett ändert. Untertitelung des ZDF, 2020